Gunnar Aspelsen steht bei mir. Gunnar, erzähl uns, warum ist Windsurfen zu deiner großen Leidenschaft geworden? Ja, mit 10 stand ich das erste Mal auf dem Surfbrett und habe seitdem die letzten 25 Jahre extrem intensiv betrieben. Ich liebe die Abwechslung. Es gibt Formula Windsurfing, Speedsurfing, Waveboard fahren. Du brauchst keinen anderen Sport, wenn du Windsurfen betreibst und deshalb bin ich immer noch dabei. Es sind viele Leute hier zusammengekommen, viele Top-Surfer auch. Wie ist das so, mit den ganzen Leuten immer wieder unterwegs und auf Tour zu sein? Ich finde es schön, die Leute immer wieder zu sehen. Wir haben die deutsche Tour, wir haben die PWA World Tour. Da trifft man dann auch wieder andere Leute, internationale Fahrer. Ja, schön an allen Flecken der Erde immer wieder nette, coole Leute zu treffen.